moin moin leute und willkommen zurück zu einer weiteren neuen folge resident evil ok wir haben jetzt ein paar tage jetzt pause gemacht und ich würde sagen wir machen wir da weiter wo wir jetzt ein paar wieder aufgehört habe wir waren ja hier und haben gespeichert ich habe keine ahnung wo jetzt weiter ich guck mal hier um weil hier ist rot rot wird noch durchsucht dann das soll geschlossen sein und dann könnten wir hier glaube ich mit der leid eventuell schauen wir mal schauen wir mal um hier war es Telefon ein schiefen bitte ach kein scheiß ach du heiliger auf was wartet sie Mutter Miranda ich muss euch leider mitteilen dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen wenn ich ihn finde ja natürlich ich weiß wie wichtig die Zeremonie ist verlasst euch auf mich zur Hölle mit der Zeremonie dieser Mann wird für seine Taten bezahlen ich habe da nichts gemacht ich bin nur unschuldig ich bin auch nur gehen okay cool ähm so wir sind hier bei der Terrasse okay gut ähm ich werde da ein bisschen erkunden aber ich glaube wir gehen mal weiter aber ich dachte das wäre sie hier Mann 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 Rose wo bist du wenn das Niesen hört einfach pausieren so und weiter das okay was hier kommen wir auch nicht weiter ähm naja da haben wir schon geguckt ach so was wir kommen nicht zurück okay wir kommen also nicht zurück gibt es noch alternative Wege äh äh warte mal können wir hier hoch ne hä hä was ist doch hier oder die hat mich doch locker in den Spiegel gesehen ey oh warte mal warte mal wo ist es ich sehe es war da ah da okay oh shit oh shit Lege dich an meinen Töchtern und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruhe dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Nein. Mach doch, du kattest mich mal. Okay, das war cool. Okay, ähm. Wupp. Ähm, äh, da können wir kriechen, ne? Ja. Nee, hier gibt's nix mehr. Ja, dann krieg ich mir mal... Irgendwie sind noch dort. War doch hier, ne? Ja. Okay, es ist so los. Okay. Ist das ein Saal? Kann man mitnehmen? Nein, nein. Schade. Hm. Ah, da ist noch was. Wey, euch tausend. Was ist dann? Warte mal. Oh mein Gott! Scheiße! Ich werde dir zeigen, was es halt für die Mitreffsgruppe zu beleidigen. Oh mein Gott! Mach doch auf! Lass uns das schnell beenden. Habe ich das geschafft? Du kannst dich davonlaufen! Alter, meine Hand! Oh! Äh! Ne, 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 ne. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt seine Hand benutzen kann. What the hell? Scheiß auf dieses Schloss! Das geht doch niemals! Das ist unlogisch! Oh, egal. Das ist ein Videospiel. Warte mal. Ich höre Geeknuts. Ähm, wir sind jetzt hier, ne? Ich denke mal, wir könnten jetzt hier hoch. Hoch. Ja. Warte mal. Warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich mal stehen. Lass mich mal stehen. oh Oh! Was? Da ist noch einer Ups Okay Ah Nee, kommt, das ist unnötig, Muniziumverschwendung Oh, ne Karte Interessant Okay Innenhof Da fehlt uns noch ein bisschen was, dann wäre das abgeschlossen Dann gucken wir mal Hier rein Wut? Hm Okay Dann nicht Ähm, dann gehen wir hoch Gut Falsche Taste Ähm Jetzt wird nur noch einmal Schießpulver Dann haben wir genug Munizium wieder Was haben wir hier? Der Lippenstift des Herren Ist, äh, unauf Findbar Wer ihn findet, möge ihn Äh, in ihr beide Zimmer zurückbringen Er ist in einer speziellen Gefertigung und sehr wertvoll Ja, jetzt habe ich doch gelesen Hallo? So Da ist was, okay Da ist was, okay Jetzt können wir auf einmal mit Gegner hin, oder? Oh Okay Okay Ähm Gut, ähm Nehmen wir erstmal diesen Weg Hey, komm mal raus Okay Sehr schön Sehr schön Ist nix Gut, dann, ähm Würde ich mal sagen, erledigen wir mal ihn noch Ey, du da Ja Ups Eine Kugel, zu viel Hast du verschlossen? So, ja Wer ist das denn? Okay Gut Oh Ui, Muni Das ist gut Ui, Muni Hier ist sonst nix Ähm, da kommen wir Hier Hier ist aber nix besonderes Ah, hier ist was Okay, cool Ui, noch mehr Schießpulver Cool, ähm Ne, da fehlt nur ein bisschen noch was Okay, schade Entriegelt Entriegelt Wait Hä, da ist noch was zu finden Und Nein, hier Beim Klavier, ne Was? Äh, sorry, aber ich kann keine Noten lesen Das kann ich leider nicht, das tut mir leid Ja, was jetzt? Erste Etage Hier, diesen Raum und diesen Raum Ach, da ist doch noch eine Bibliothek Die Bibliothek Oh ja, stimmt ja, hier ging's ja raus Äh... Nope Ah, was brauch ich denn? Ich will wieder Schritte Okay, da komm ich jetzt nicht rein Äh, hatten wir das schon? Ja Hm Nee, das hatten wir ja schon Also irgendwas muss noch hier in diesem Raum sein Nix, nix Nee Ich finde hier nix Nee Ich finde hier nix Hm 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 Okay Nee Ach, hier sind auch noch Bilder Okay Was? Spiel Bitte, leider mich Wohin soll ich hin? Ich habe mich verlaufen Ich habe mich verlaufen Hm Aber warte mal, was haben wir hier überhaupt für Items? Ähm Ähm Hä? Das sagt mir jetzt auch nix Warte mal, Karten Ist das hier, finde ich? Nee Geht hier gar nicht Oder? Ah, ich bin verwirrt Ah Ah Okay Nee Dafür brauche ich wirklich einen Schlüssel Okay Ich muss hier raus, oder? Oder? Warte mal Nein, wir suchen noch Okay Pass nicht rein Das passt eh nicht rein Okay Okay Gut Ähm Speisezimmer Da müssen wir hin Was? Was? Oh mein Gott Wo kommt der Entieben her? Alter Wo kommt die alte her? Okay Okay Oh mein Gott Diese Psychobard Boah Was? Sag mal Würde ich jetzt echt verfolgt? Das ändert mich ein bisschen an Teres Sei mein Stil Alter Wo kommt die denn her? Abgestanden? Ich find dich lecker Was ist das, Mann? Oh mein Gott Oh mein Gott Lass mich doch durch Bitte Nein, hat sie nicht Ich muss los Ganz dringend Gott, 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 Gott Oh mein Gott, ey Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Labyrinthkugeln Dietrich Innenhof Speisezimmer Oh Mann, wo muss ich hin? Solange ich jetzt immer die ganze Zeit verfolgt werde ist das ein bisschen eklig Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Wie krieg ich die denn tot? Was ist das? Geht nicht? Doch Abgestanden? Ich find dich lecker Boah Boah, das gibt's doch nicht Wo kommen die alle her auf einmal? Was ist das? Oh mein Gott Okay Okay Okay, wir haben eins voll Noch Memonies Das bedeutet Bosskampf Wunderbar Was? Warte mal abgesperrt Warte mal abgesperrt Okay, ich kann nicht entkommen Okay, 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 okay Schnellzugriff? Das ist schon Und Da fährt noch einer Wo ist sie? Hä? So ist es gut So ist es gut Ich verstehe nicht Wohin muss ich? Ach, halten steht da Mann, geh weg von mir Was? Wie? Wo? Habe ich mich jetzt selber eingesperrt? Habe ich mich jetzt selber eingesperrt? Oh, ich hab nix mehr zum Sprengen Oder? Nein, ich hab nix zum Sprengen Scheiße Das kann ich nicht nutzen Das kann ich nicht nutzen Wirklich? Komm schon Irgendwo ne Bombe muss hier noch sein, oder? Nein, 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 nein Was ist das? Nehmen Jaktro 4? Ja, toll Damit komm ich auch nicht weiter Mein Blut pulsiert! Boah, ich brauch doch irgendetwas. Hier muss doch irgendwas sein. Ich hab gerade... Dings verballert, aber... Aua! Bereit? Nein. Komm, töte mich. Wie fühlt sich's an? Egal, komm. Nimm mich. Wie ist das damit? Scheiße! Sonst ist hier nicht gar nix, ne? Hier ist echt nix. 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 Danke. Danke. Okay, gut. Jetzt wissen wir, wie wir sie besiegen. Hoffe ich. Ich war besorgt, meine Schwestern hätten dich bereits. Na, komm her. Okay. Da liegt noch was. Okay. So ist es gut. Du hast die Jagd verdorben! Hol dich der Teufel! Nein. Mein Körper! Nein! Unmöglich! Nein! Warum?! Warum?! Ich lass dich nicht gehen! Du gehörst mir! Nur! Mir! Du gehörst mir! Oh! Oh! Kranke Hexe! Genau! Junge, Junge, Junge! Aber die sind alle schrotanfällig, das ist cool. Was? Okay. Jetzt kann ich da weiter erkunden und Co. Okay, dann machen wir das noch eben. Ah, ja. Ich glaube, Schießpulver war das, was wir benötigen, ne? Nein. Gut. Jetzt haben wir mehr als genug Munition. Wie sieht die Karte aus? Hier ist fertig. Ach so, ja. Ah, ich verstehe. Die, wie wir rausgenommen haben, das sind die Engelstatuen, äh, die Köpfe. Das heißt, wir haben schon mal zwei. Kannst du überwringen? Nee, 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 nee. Den untersuche ich mal. Ähm. Ach was. Sogar das. Aha. Okay. Maske, 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 Tearsheet, ne? Schauen wir mal hier rein. Nö. Ist einfach nur eine Kugel. Oder? Ja. Ähm. Nee, sonst haben wir, haben wir hier nichts, ne? Hier ist, hä, hier ist immer noch was. Aber was denn, bitte? Warte mal. Ähm. Wie nehmen wir das hier? Nee, passt nicht. Okay. Okay. Kriegen wir aber trotzdem, äh, trotzdem nix. Hallo? Okay. Äh, nehmen wir das trotzdem mal mit. Nicht, dass die... ...große Frau hier reinkommt und mich lieb hat, ne? Aber wieso finde ich hier nix? Irgendwas an der Wand? Waschbecken? Nein. Äh, hinter der Statue ist auch nix. Okay. Hm. Warte mal. Einser. Äh. Aber das bringt uns ja auch nix. Aber ich kann nix machen. Hä? Sehr weird. Was hab ich denn übersehen? Okay. Gut. Ähm. Bevor da, äh, bevor wir dann hier weitermachen, würde ich mal sagen, ähm, beenden wir mal den Part und, ähm, sehen uns dann im nächsten Video dann wieder. Bis dahin. Tschüss. Ab곳. Uh люб poem, äh, vor euch. Ja.